Das ist Orania. Das liegt etwa in der Mitte von Deutschland, zwischen Dillenburg und Heiger. Und hier ist immer richtig was in Bewegung. Und bei uns gibt es ganz viele tolle Sachen. Zum Beispiel... Eigentlich gibt es jeden Tag was zu essen, was wir bestellen können. Genau, denn bei uns dreht sich alles um. Technik für deine Familie. Technik für deine Familie. Technik für deine Familie. Technik für deine Familie. Richtig. Und überhaupt sind wir hier total familiär. Und diesen Film gibt es, damit sich ganz viele junge Menschen bei uns bewerben. So wie die. Und was machen die den ganzen Tag so? Wir sind eigentlich überall immer. Und überall ist viel. Hier designen wir unsere Haupt- und Kochfelder und Wackölfen. Hier entwickeln wir unsere Öfen, sowie den, den und den. Den nicht mehr. Hier bauen wir unsere Kochfelder. Hier liegen unsere Ersatzteile. Hier lagern unsere Geräte. Hier prüfen wir sie. Hier auch. Hallo Mann. Das ist unsere ETV. Hier unser Export. Da lernt man sogar Fremdsprachen. Das ist unser Aufzug. Das ist der im zweiten, das ist der im fünften und das ist der im sechsten Stock. Und das ist der Yannik. Der arbeitet gerne im Aufzug. Wir haben aber auch eine Treppe. Die läuft man aber nur am Anfang des Jahres. Außer der da. Das ist unser Pausenraum. Was kann man hier machen? Pause. Klar soweit? Okay, und was suchen wir so? Industriekaufleute, Fachinformatiker und duale Studenten im Ingenieurwesen und Maschinenbau. Du kannst dich immer noch nicht entscheiden? Nein, doch. Dann schau doch mal hier. Die